Hallo Leute, willkommen zum neuen Video und ihr seht schon im Titel, heute gibt es erstmalig den MBT Crafting Table zum Download. Aber bitte, bevor ihr jetzt einfach in die Videobeschreibung geht und euch das Ding runterladet, hört mir ganz kurz zu, das Video geht wahrscheinlich nicht lange. Ja, also was wichtig ist, wenn ihr euch das Datapack runterladet, zuerst in dieser Structure hier, ccrafting.preset, findet ihr solche Kisten und in denen sind einfach alle Crafting Rezepte. drin, also alle die ich ja sozusagen vorgegeben hatte, als Beispiel, sind hier einfach gezeigt, damit ihr die nachschauen könnt und versuchen könnt zu benutzen. Zweitens, wie gebt ihr euch ein Crafting Table, dafür gibt es eine Function und zwar ccrafting.gif, gebt ihr einfach und dann habt ihr so ein Crafting Table. Dann habt ihr einfach so ein Crafting Table und dann könnt ihr wieder abbauen, die droppen jetzt übrigens auch neue Dinge, ziemlich sweet. Das wichtigste, was ihr wissen müsst, ist, dass es kein offizieller Download, also ja, doch schon, aber es ist halt noch nicht fertig, das ist so eine Art Beta, weil es funktioniert schon, aber eben es gibt noch Bugs, das weiß ich selber und es ist halt noch nicht fertig, das ist ganz klar. So was die Sache ist, was noch geht, ist auf jeden Fall, man kann das hier reinklicken und dann ist es einfach weg. Also man kann da irgendwelche Items reinklicken und dann sind die einfach weg, da werde ich mir noch was ausdenken. Was auch Sache ist, ich habe mit einem User in den Kommentaren geschrieben, der meint, er kann mir das machen, dass hier in der Ecke einfach eine Hole liegt, also eine Diamanthacke oder sowas, die dann hier so eine Textur hin macht, von einem richtigen Crafting Table, das ist das mit den Glaspaints, dass ich das dann gar nicht mehr brauche. Also das Konzept kommt von Simply Sark und falls ihr jetzt nicht verstanden habt, was ich genau damit meine, dann melde ich euch einfach Simply Sarks Video einfach nochmal in der Beschreibung verlinken, könnt ihr euch dann mal anschauen. Dann, ja, die eigentlich wichtigste Sache finde ich, ihr findet hier als letztes oder als erstes Rezept das hier und das hat eine Besonderheit, nämlich es ist shapeless, das heißt, ich will das jetzt hier mal kurz machen, Ihr könnt das in jeder beliebigen Anordnung hier reintun, das heißt, ich habe shapeless umgesetzt jetzt, hat zwei Probleme bis jetzt, und zwar erstens, ich kann bis jetzt jedes Item hier nur einmal in dem Crafting Rezept sozusagen benutzen, Das heißt, ich könnte nicht zum Beispiel zwei Diamant pro Panzer verlangen oder so, und das zweite ist, ich kann nicht ein Item hier im Rezept verlangen, was ich dann gleichzeitig hier ausgeben, das heißt, ich kann nicht zum Beispiel verlangen, ein Schwert und einen Bogen, und dann kommt hier ein Bogen raus, der zum Beispiel Scharpens 5 hat und der dann sozusagen irgendwie ein Schwert und ein Bogen in einem ist oder sowas. Ne, keine Ahnung, ihr seid ja bestimmt kreativer, aber sowas geht momentan auch noch nicht. Ähm, das heißt, shapeless Crafting hat noch eine ziemlich große Einschränkung, aber es ist immerhin möglich. Ja. So, dann, eine Sache gab's noch, genau, ähm, ich bin mit Mr. Command gerade dabei, bzw. gerade bin ich nicht so dabei, weil ich einfach keine Zeit habe, aber generell sind wir dran, einen Generator für Crafting Rezept zu machen, das heißt, ihr könnt dann einfach da Sachen eingeben und euch wird das, ja, Rezept generiert, dass ihr dann einfach nur noch einfügen müsst, oder vielleicht wird es dann auch schon eingefügt, da muss ich sehen, dass es möglich ist. Ja. So, das war's auch schon mit dem Video. Ihr könnt euch das jetzt, wie gesagt, downloaden und ausprobieren und ich werde übrigens morgen jetzt kein Code-Video veröffentlichen, wie ich ursprünglich angekündigt habe, weil, wer den Code wissen will, der kann sich den auch selber angucken und ich sage euch, ihr könnt den angucken. Es ist wirklich einfacher, als es aussieht. Es ist auch ganz klar untergliedert, wie es funktioniert und ich habe es auch ein bisschen auskommentiert, damit man es versteht und damit ich es auch selber verstehe, wenn ich meine längere Zeit wieder nicht dran gearbeitet habe. Ja, das ist das Wichtige, was ich sagen wollte. Ich habe übrigens jetzt meine Download-Page wieder aktualisiert, das heißt, ihr könnt da jetzt alle Sachen von mir herunterladen, die ihr wollt, die ich bis jetzt veröffentlicht habe, sind nicht viele. Ja, gut. Links oben kommt ihr jetzt zu meinem ersten NBT-Crafting-Video, links unten zu meiner 1.13-Mapmaking-Playlist und rechts könnt ihr mich gerne abonnieren. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao!